Kohlweg-Murdeik ist ein Logistikdienstleister mit einem Full-Service-Paket einschließlich Zolleinklarierung und Warehousing. Der Duisburger Hafen spielt für Kohlweg übrigens eine besondere Rolle. Der Port of Murdeik ist eine eigene Drehscheibe zwischen Rotterdam-Antwerpen und dem Hinterland wie Duisburg. Wir holen alles von Rotterdam und Antwerpen per Binnenschiff heran. Etwa 30 Prozent der Güter, die als Export wieder rausgehen, gehen über Short-Sea-Verbindungen nach Schottland, England, Skandinavien oder mit Binnenschiffen über den Rhein nach Duisburg. Ich denke, dass Murdeik ein sich entwickelndes Industriegebiet ist. Gerade wegen des Wachstums des Export- und der Weltwirtschaft an sich und des Drucks in Rotterdam und Antwerpen, die großen Vorräte so schnell ins Hinterland zu bekommen. Die Container müssen früher dorthin und Murdeik ist mit dieser Nachfrage mitgewachsen. Immer mehr führende Betriebe und Auftraggeber, die den Wert von Murdeik erkennen. Und das Wachstum ist hier noch lange nicht vorbei. Und das Ruhe ist hier noch lange nicht vorbei.